Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield 3 Multiplayer Modus. Wieder mit dem Jay und dem Dennis. Hallöchen. Und als Special Guest der Fabian Siegesmund von der GameStar. Grüß dich Fabian. Soll ich was sagen? Hallo? 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 Du bist nicht dazu verpflichtet? Das wäre aber nett. Warum hast du eigentlich nie mit dem Special Guest Dennis? Finde ich voll Schwanz. Warte, warte. Du bist nicht voll Schwanz. Ich wollte die Schwanerei. Ich wollte die Schwanz. Warum bin ich jetzt wieder Squad-Lieder? Könnte mal der Typ fahren? Also unser Pferd. Unser Pferd ziemlich schnell. Unser Pferd ist doch kein Pferd. Kann man sagen. Pferd. Setz doch mal ein gutes Beispiel und setz mal ein Spot-Zimmer. Ja richtig, Peter. Mach mal was für ein Spot-Lieder hier. Battlefield 3 macht bei mir gerade Buggy und ich kann keine Punkte sehen auf der Map. Ich kann irgendwie nirgendwo hingucken und eh Q drücken. Oh, ich bin falsch hingestiegen. Ach ne, doch nicht. Wobei, ich sitze mein Peter, das ist immer falsch. Toll, Fabian hat wieder zugeschlagen. Ne, aber ohne Witz. Ich gehe mal 10 mal aus. Oder ich schieße Leute. Welche Ziel wollen wir denn gerade holen? Wie gesagt, ich kann keine Punkte setzen. Ich weiß nicht, wo mein Mensch hinfährt. Ich weiß das genau, weil ja keiner Squad-Zimmer setzt. Ich kann es nicht! Ich kann gerne aus dem Squad mal kurz raus, damit jemand anders Squad-Lieder wird. Weil bei mir ist gerade echt Buggy. So, jetzt müsste jemand anders Chef sein. Nein, jetzt bin ich's. Okay, wo waren wir hin? Du bist doch Chef. Ja, ich bin gerade im Panzer. Dann doch die... Meinst du, du kannst dem Panzer keine Befehle erteilen oder was? Ja, ich muss mich erstmal herhalten. Gehen wir, wo seid ihr auch da oben? Ha, Gegner, ich bin irgendwie hier. Ja, A ist gut. Doch, von rechts kommt da, habe ich deren Panzer. Ja, das bin ich. Achso, nee, ich meine rechts. Achso. Quasi vor dir. Jonathan. Ich habe noch einen Schützen frei. Ob du das her? Ah, ja, ich komm zu dir, Jay. Juhu. Okay, wir fahren mal ein bisschen näher ran. Wir übernehmen gerade nicht mit denen. Gibt keine Punkte für uns, aber. Ja, deswegen war ich auch gerade nicht Erster. Also D. Gegner. Meiner. Verdammt, ist da auch. Die Fenster vor uns. Oh. Die Messer, ich bin nochmal. Keiner da. Keiner da, zack. Von Mone. Von Mone. Ich weiß noch nicht so genau. Der ist schon weg, ist schon weg. Ah, danke. Woher gehen wir jetzt, danach? Du bist der Glieder. Ja, C. Ich würde sagen. Achso, ich bin ja nicht so diktatorisch. Hammer. Du bist nicht diktatorisch mal die Mine gefahren. Ich wollte doch gar nicht C angreifen wegen der Mine. Ich hab das doch gesagt, aber ich wollte demokratisch fair bleiben. Vielleicht nicht bei mir spawnen. Ach, geht eh nicht mehr. Das war jetzt natürlich negativ. Oh Gott, lieber. Gib mal Gas. Hat jemand von euch schon mal diesen Bug erlebt auf Battlefield, dass die ganzen Punkte auf der Minimap auf einem Punkt sind und nicht da, wo sie sein sollten? Nope. Ich wollte sagen, ich hatte noch nie einen Bug beim Battlefield. Ne. Okay, nice. Hatte ich echt noch nicht. Ich weiß nicht. Ich hatte beim Battlefield noch keine Probleme. Was ist denn jetzt gerade aktiviert? Ich kann es ja wie gesagt leider nicht sehen Da liegt jemand tot So ich höre mir jetzt erstmal so eine schöne Hunde Marke hier Auf dem Dach ist noch einer drauf Ist keiner, verdammt Dankeschön Danke Wo habe ich denn jetzt noch denn gesteckt? Und der ist vorne, Sniper hat einer? Nein, ich bin down Dankeschön So, was ist jetzt markiert? Immer noch C Deswegen stehe ich hier Ey Hier ist First Aid Feed Ja, danke B verteidigen Dann nach A durch Alles klar Wenn Sie bitte die Commands nur mit den gutesten geben und nicht reden Ja doch, sonst weiß ich nicht wohin Richtig, der Peter sieht das so nicht Und ich habe den G-Video geweist Ach, sicherlich Ich habe gerade ein Panzer durchbremi Vielleicht auch nicht, ich werde die Feste fahren Wo denn? Ich fährt jetzt in meinen Minen rein Ah, sehr gut Hahaha Mach's doch Wir kriegen hier nicht all zu viel Gegenwehr, Jay Ne Ne Ist doch ganz angenehm so Oh, da kommt sie angeflogen gleich Oder angefahren Da kommen sie angeflogen Mit den Jetpacks Genau mitspielen Geht doch Total verdient Das war ne Punkte Oh Ja, genau Da steht doch noch ein Jeep Wieso mitgeht keiner Ja, den können wir jetzt ja nehmen Was fahren wir denn eigentlich? Ich spiel da auch nicht mehr mit Der ritter hinten irgendwo rum D, ich kann da gar nicht anwesen Ah, Liefendenfahrer Ah, Liefendenfahrer Kann ich das nicht anwesen Ah, perfekt als hätte man es abgebrochen Ich kann D nicht mehr anwesen wir haben es verstanden, Jay. Ganz ja, wir sehen. Da, im Mittelgang. Ab ihn. Uh, Granate genau auf dir drauf. C. C. Geradeaus. Okay, aber auch nicht geradeaus. Das Auto, in dem ich sitze, hält das für die falsche Variante. Ja. Was hat denn der Dent Trooper jetzt vor? Ach, dann hole ich halt... Oh, hier liegen Kminen. Ach, deswegen! Kann man die nicht abschießen? Ich mach die kaputt. Oder auch nicht. Vielleicht sind da noch freundliche Kminen. Ach, auf R kann man die aufheben. Ich hab's versucht. Ich kann die mit R aufheben. Zack. Auf go. Wenn du Pionier bist oder so. Ich könnte jetzt mal weiterfahren, der Bob hier. Oh, ich geh' ich fahr' aber zu Fabian. Sehr angenehm. Ach, hier gehen wir auch mal welche. Okay. Wenn du mal, äh, Fabian, fahr' mich nach D. Da kommt der andere Panzer und ins Gegend. Wo sind hier welche? Ich seh' keiner rüber. Ich kann auch nicht markieren, aber da ist er. Wo fahren wir denn gerade hin überhaupt? Warte mal kurz. Ich will mit. Ach du. Danke. Fahre eher nach D. Nach D. D? Wo ist der denn? D wie Dora. Was ist denn D? Weil da stehen Panzer und so und die können wir jetzt moschen. Wir fahren nach D. 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 Wenn du still stehen bleibst, kann ich dich auch reparieren. Ja, mal, der ist da. Ich bin aber jetzt langsam eng. Ich bin ausgestiegen. Aber klar, ihr lasst mich natürlich da gnadenlos und verrecken, ey. Ja, ich bin auch mit der Explosion gestorben. Das war ja auch mal ungefähr hier. Das war ja auch mal ungefähr hier. Boah, wer packt denn hier denn NASA aus? Der ist da. Optimistisch. Uh. Jeep markiert, der gerade zu irgendeinem Punkt fährt. Ich weiß jetzt leider nicht welchen. Au, au, au. Blöd. Ja, ich hab noch 60 Punkte gekriegt fürs Vorteilung. Ha, ha, ha. Und der Mörser-Typ steht genau hier. Was haben wir denn jetzt vor? Na, ha. Da. Sollen wir jetzt dann Pete? Ich fahr ja die ganze Zeit beim Dane Trooper mit. Der ist ganz gut. Ja, genau. Da ist einer in der Garage drin. Pete, bleib mal stehen, fahr mal zurück. Ich kann nicht, ich bin nicht der Fahrer. Ach so. Ja, ich soll begreifen gerade D an. Glaub ich auch. Ja, da könnte sich jemand das zweite Fahrzeug hier schnappen. Okay, mach mal hier Fahrzeug Escorte. Jetzt hat er nach. Ja, hier irgendwie ist ja noch keiner. Könnten wir dieses Spiel tatsächlich gewinnen? Das hast du gesagt. Ja, ich weiß. Jetzt hab ich's gejinxt. Dann gehen wir nach nach A. Alles klar. Ruf nach A. Also geh ich nach. Da kriegt er direkt alles mit. Heiß down. Da ist der LKW. Da bin ich hängen geblieben an der Ecke. Hehehe. Nice. Wieso hast A denn jetzt schon gar nicht markiert? Das habe ich gerade noch markiert gehabt. Von hinten kommt ein Gegner. Jetzt hat der C markiert. Ich mag das nicht. Wo kommen die denn? Von hinten. Ich bin rausgeschossen. Ja, ich bin auch tot. Aber war ein ganz netter Lauf. Mal dasselbe mit der Panzerkacke da. Den mach ich jetzt fertig ey. Den frisch ich jetzt weg. Den frischst du weg? Ja. Hier, wo läuft Farber denn rum? Achso. Okay, er hat mich weggefrisst. Der kommt zu C. Fabian, komm mal zu. Was ist das? A. A, da bin ich ja schon. Ja, da ist ein dicker Panzer. Der Bum macht. Aber geil. Ja. Und er traf uns. Oh, oh, das geht nicht gut. Kann ich gerne reparieren. Fahlzeugkampf umfähig gemacht. Ja, ich reparier dich. Nein, zu spät. Ab hin. Das Fahrzeug ist aber auch zerstört. Äh, Paz-Situation. Ja. Und jetzt wo, Alpha? Da. Oben auf der Beute. Schatz, ich bin down. Ich bin genutzt worden. Jay, du musst auf jeden Fall mal die Sachen anvisieren. Na, will doch. So, A ist ja wohl unser. Ja, aber super schon. Guck mal, wenn du B runter. Kommt auch keiner. Dann mal nach E, ne? Wo ist E? Nach E? Ach so. Ich kann hier. Ich kann hier. Äh, bei Delta, äh, bei Delta steht aber gerade einer. Äh? Stimmt, D will auch Robert. Ja, Jay, jetzt, jetzt müssen entscheiden. Entscheidung getroffen werden. Aber du hast einfach mal entschieden zu sterben. Ja. Aber man auch mal machen. Ja. Jetzt ist mir die Entscheidung abgenommen worden. Seid ihr dran? Lol. Nein. Du musst halt immer entscheiden. Du bist der Boss hier. Oh, Mann. Renn doch nicht immer um die Ecke wie so'n Blöden. Ich bin Call of Duty gewohnt. Einfach um die Ecke rennen und schießen. Ja, bei B sind sie, äh, im, im Gang. Einer zumindest. Oh, und wieder tot, Alter, der Stafford. Der macht mich die ganze Zeit frisch. Ja, man tut denn da jedes Mal rein. Da hinten, hinter euch, in ihrem Durchgang. So. Ah, hab ich wohl. Oh, ich hab' den. Oh, ich hab' den. Oh, ich hab' den. Oh, ich hab' den. Der ist jetzt kaputt. Wollen wir mal langsam, aber vorsichtig nach vorne gehen. Ich hab's abgehauen. Nee, nee. Der ist nicht mehr am Leben. Alpha ist gerade im S. Ja, Demokratieattrag abgelehnt. Wir erobern erst eh. Na gut. Ich hab' ein bisschen Angst hier. Ja, Jay. Von da kannst du mir helfen, oder was? Reicht das? Ja, ich übernehme gerade eh. Ja, ihr seid doch nicht direkt so aggressiv. Was? Was? Mhm. Du mich auch. Komm, ich hab' den neuen Pferd. Ja, wollte ich dir auch gerade präsentieren. Das waren ihn hinter uns. Hoffentlich stirbst du jetzt. Ja. Er ist erobert. Und wohin jetzt? Schief? C. Da sind Gegner hinter. Da hinten auch noch. Auf der Brücke oben einer. Auf der Brücke sogar? Ich bin gerade in der blurry Sicht. Oh, da sind ganz viele hier, ich schnaß. Da kommt gerade der Dicke. Dicke Kanzler. Hat mich kaputt gemacht. Dicke Kanzler. Der steht auf dem Miel drauf. Ich steh mit in die Miel, wenn die machte das nicht. Die ist so schlecht gelegt, dass der nicht an das. Okay. Okay. Hat geschafft. Auf der anderen Seite der... Spawn die hier alle vor meiner Nase. So nicht. Der auf der anderen Seite der Brücke... Da war mal einer. So. Ihr müsst jetzt erstmal feindfrei sein. Da kommt ein Jeep an. Hä? Das war so ein Diff. Frei. Kampf und fähig. Das ist keiner mehr drin. Wir sind ausgest... Oh Gott! Was? Ich wollte ihn noch zerstören und den Gegner eliminieren. Jetzt... Kann man einer Munition irgendwo hinlegen? Ich bin gerade englisch. Äh, nur Medic. Super cool. Kann dir da Medic hinlegen, sieht oder aus? Check. Wer über die Straße... Jawohl. Ist da. So macht man das doch, oder? Ja, einfach rennen! Wir haben doch schon Sprint. Na, was fragt man das eigentlich, wenn wir da kommen? Ah, bei, äh... Bei ihm ist noch einer. Ja. 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 Jetzt könnte ich auch Munition gebrauchen sein. Mist. Ich höre einen Gegnerschen Panzer. Ja, der ist ja auch. Das ist auch ein großer. Ich hole mal einen RPG raus. Der fällt eiskalt an uns vorbei. Der wird nach E. Ich hab mich mal getroffen. Ja. Wollen wir dem hinterher nach E? Ich glaub der ist kaputt. Achso. Wollen wir nach E oder was? Ich weiß nicht, Chef? Wegen mir gar nichts mehr, da bringe ich jetzt ein Panzer hin. Alles klar. Ich verstand nochmal bitte. Panzer nach E kommt. Fabian. Ich dachte, was Fabian gesagt hätte. Ja. Ungefähr das. Ah, okay. Panzer nach E kommt, Fabian. Wir sind auch gleich zwei bei mir. Ne, doch nicht. Alles klar. Repair brauchst du nicht, oder? Das sind ja meine Bienen, oder? Aber nicht alle. Da vorne sind. Das ist von dem anders. Moment. Du schießt da nicht drauf. Ich möchte. Ne, jetzt ist sie weg. Bei zwei... Bei einem Haus ist einer drin. Warte, bleib mal stehen. Da, links im Haus. Von uns. Da. Ja, brav, brav. Woher geh wir denn jetzt? Äh, c oder was? Du bist ja der Chef. Du bist ja der Chef. Ich bin der Chef. Aber das sind aber ein paar Jahre erwachsen und gestimmt ein bisschen. Ich bin der Chef. Gegner. Meie. Äh, von hinten. Ich repariere. Reparieren. Au, von meiner Seite auch. Oh, oh. Von überall. Ich werde jetzt hier nicht lange überlegen. Äh, leben. Wie viel kommen wir denn danach? So. Wieder alles. Ach. Der Pesa. Weiter. Ah, nicht. Bleib stehen. So. Ah, okay. Weiter. Reparieren. Nein, ich bin tot. Jetzt war's. Wer auch. Boah, hatte ich aber gelohnt. Das war ja richtig. Das war trotzdem relativ erfolgreich. Haha. Wieder weggeflogen bist. Ja, ähm. Spawn waren wir alle bei E. Ich denke, dann wird der Panzer jetzt hinfahren. Ja, das wird auch da sein. Da hatte ich eigentlich auch mal Minen. Ich hoffe, die liegen noch da. Nein, tun sie nicht. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Arme Sau, der Panzer. Kriegt jetzt alles ab. Leute, die von hinten oder so ab? Ne, wo ist nicht abgeschossen worden? Jawoll. Schön. Ja. Ja. Da ist auch noch einer. Irgendwie bei E. E ist weg. Ne, der ist noch da. Oh, da waren mehrere. Ja, da ist noch einer. Mindestens einer. Und noch auf der Straße scheinbar. Ja, Leute. Gut, hätte ich auf der Straße hinter Johnny gespawnt können. Das war eine sehr gute Idee für mich. Ja, übrigens bei uns ein Cheater im Team. Da ist einer Erste in unserer US-Gruppe. Ich hole noch mal den Panzer. Da ist doch noch ein zweites Gefährt. Oh, zu ihm. Ich nehme das zweite Gefährt. Nein. Oben auf der Brücke steht welche und in diesem Durchgang. Ich sehe nichts. John. Ich gebe ihn in den Tunnel zwei Stück weg. Dennis, du kannst auch... Oh, ich reparier mal für zwei. Kann einer reparieren? Ah, ja. Oben auf der Brücke drauf, glaube ich. Ja. Also es ist auf jeden Fall auf meinem Radar. Ich kann ihn nur nicht sehen. Hinter dem Mülleimer auch noch irgendwas. Ja. Ich habe so einen Bewegungsscanner. Der ist doch hier in den Büschen oder oben oder sonst wo. Was ist denn da? Einer, der hinter dem Mülleimer war, ist definitiv tot. Da macht ein Eistür jetzt. Ja, der lag hier in den Büschen. Keine Ahnung. Ich dachte, da könnte einer sein. Achso. Jetzt greifen wir C an. Hier ist ja nichts mehr. Okay. Kann ich noch einer reparieren wollen? Ja, komm, komm. Bin zu mir gefahren. Ja. Hast du mich jetzt hier alleine im Auto sitzen lassen, du Affe? Ja. So, ich bin da und auf dem Haus sitzt einer drauf. Als wäre er auf der Ballatschale ausgerutscht wäre. Ahaha. Ja. Ich werde noch mal in den Händen hin. Campender Hurensohn. Mann, 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 Mann. Dafür muss man definitiv Zeit auffahren. Ja. Sowas würde ich ja nie schreiben. Das würde ich wenn, dann aussprechen. Oben in dem Dach, ja und in diesem Zwischentunnel ist auch noch einer, da bei dem Bazaar. Na ja, C gehört immer schon nach uns. Ist der obendrauf weg? Ich nehme das einfach als Zimmer. Machen wir mal. D. Und zwei Doktor. Oh, Jay. Noch bin ich kein Doktor. Ich arbeite aber hart. Ja, stimmt. Don't you fucking die on me, man! Don't you fucking die on me, man! Ja, man schießt auf mich. Mine bei der Flagge. Oh ja. Direkt vor deiner Nase. Oh, da ist einer hinter uns. Und natürlich fickt der mich in den Arsch, ey, da darf nicht wahr sein. Oh, oh, oh! Wir sind von allen Seiten, wird man hier unter Beschuss genommen. Fuck! Was hab ich da mal? Ist der weg? Ja. Ja, der ist weg. Die Waffe ist super geil, die A91. Ich weiß nicht. Dritten kommt Panzer. Ups, ja. Sehr schön. Ich steh hinter dir und reparier dich. Wenn du, äh, falls du feierst. Der wäre Wesen verstanden. Warte mal, dass du sagst, ich steh mit dir. Ich bin da grad nicht an nem Gegner vorbeigefahren. Ja. Wollen wir uns verurteilen zu wollen, aber... Er ist aber tot. Ja. Juhu! Ach, Gott sei Dank. Weil du bist so dieser Cheater, ey, über 10.000 Punkte. Lägt mir mal am Arsch. What? Nein, der hätte ich fast die 10.000 geknackt. Was ist das denn, ey? Bringt sein A-Game hier. Extra für uns. So gehört sich das. Und nebenher noch die Kinder ins Bett gebracht. Mit dem Fuß oder wie? Super Daddy! Das war lustig. Das können wir nochmal machen. Jep.